Hallo Leute, das Video ist kurz. Ich wollte euch nur sagen, was ich es heute nicht geschafft habe, ein Advent-Scanner-Türchen aufzunehmen. Das ist mir furchtbar leid, das werde ich natürlich morgen nachholen. Das Spiel habe ich auch schon in Sicht, aber ich konnte es halt heute wirklich überhaupt nicht aufnehmen. Ich war bis abends weg und dann habe ich noch League of Legends gespielt. Und wie gesagt, privates Talken ging mir dann auch noch ein bisschen vor, was ich natürlich auch möchte. Und deshalb wird das Türchen morgen nachgeholt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und dann bis morgen.